herzlich willkommen zu einem neuen video aus der halle 77 heute kommen wir direkt zum thema sven ich habe unseren neuen ein jahr fehlt ihm fast oldtimer zugelassen unseren dofi jetzt fragt er warum dofi ich finde dieses auto gucken von oben hast du schon mal gesehen ehrlich gesagt nicht zitren x nadine liebt den ja als gti oder auch als gt gibt es den sogar wir haben leider nur die kleine variante schilder hier muss ich noch dran machen auf geht die fahrt das auto hat auch wirklich viele beulen viele marken viele kratzer die lackierungen schon bin gespannt ob er dann nächstes jahr sein oldtimer status erreichen darf aber andere habe ich dann direkt kannst du das verstehen sieg nicht außergewöhnlich aus würde ich jetzt mal sagen ja auch mal kennzeichen dran marco kann es direkt wieder zurückgeben wir haben kein haar drauf gemacht sondern eh ja wieso nicht wie so ein hack jetzt ich habe doch gerade ist 29 jahre als nächstes jahr geht er ist dann hart ja aber also ja wieso hat der testler doch auch was daran falsch habe ich umgebaut oder was ich dass ich wüsste kommt hätte ich glaube ich mitgekriegt was verstehst du nicht elektroautos gibt es seit den 18 18 jahrhundert hat sich nicht durchgesetzt keine frage das elektro steht doch eindeutig dran und hier ist kein briefkasten hinter sondern hier lade ich das auto verrückt ein jahr noch das ein oldtimer ich habe das nicht erfunden das thema elektro und ich weiß ihr wollt auf dem kanal young und oldtimer sehen kein problem ein fast oldtimer gibt ihm noch ein jahr aber ich glaube in dem zustand erst noch mal die kennzeichen dran weil das gehört da nämlich dran kanntest du das auto vorher schon nie überhaupt nicht 0,0 also ich bin jetzt erstmal gespannt was jetzt die ganzen leute sagen kann ich auf seiner seite sehen elektroscheiß passt überhaupt nicht liebe leidenschaft zu halle 77 kümmert euch um young und oldtimer habe ich den halt angeleitet ist kein problem weil das ist meine leidenschaft young und oldtimer und das thema elektro gibt sich erst seit gestern ist nicht erst seit dem Tesla gibt Tesla ist zwar vielleicht gerade der der marktführer aber sowas gab es auch sogar in serie produziert habe hier einen zettel ich könnte mich jetzt noch ein bisschen wie pikedia belesen was es noch alles gab city stroma und 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 aber hier steht es stimmt von einem golf 2 hatte ich schon mal gehört aber das wusste ich ehrlich ist glaube ich nicht in serie an kleinen serie mit 374 autos von 93 stimmt das wäre ein 93 da können wir auch ein h dran machen aber würde ich ja nicht machen weil er ist ja steuerbefreit das ist doch noch günstiger 11 kw hat das ganze ding und ich kann euch eins sagen dieses auto sind wir ja schon gefahren zum beispiel der julian erstes fazit bin überrascht also positiv überrascht muss ich sagen du bist lautlos unterwegs du bist sparsam unterwegs du bist eigentlich total gechillt unterwegs wirklich ein witziges auto weil viele sagen wahrscheinlich immer so oldtimer und elektro passt nicht zusammen das ganze hier ist ja eigentlich mehr oder weniger ein oldtimer und wie man sieht es passt auf jeden fall zusammen ich bin ja selbst nicht der überzeugte elektrofahrer muss ich gerufen und ehrlich gestehen aber für unsere zwecke also sei ja für den stadtverkehr absolut ausreichend klar ist es keine rakete das ding aber man kommt voran ich persönlich muss ganz ehrlich sagen ich bin fast schon ein bisschen begeistert und ich sage euch leute der tag wird kommen an dem werden wir dankbar sein dass elektro umbauten an oldtimern überhaupt möglich ist ich bin wirklich fest davon überzeugt von daher auf jeden fall ein cooles einstiegsmodell für das ganze geschichte hier restlos alle haben der spaß dran jetzt haben wir aber ein problem wenn wir uns das auto jetzt mal genauer angucken gerade jetzt hier so im hecklappenbereich das kann aufkleber sondern die kiste glaube ich hatte schon mal alle farben dieser welt der war schon mal grün hier sind hier schimmerten rot durch dann hat vorne einer mit ihrem anderen elektrofahrzeug vielleicht gekämpft hier ist die haube der scheinwerfer aber hat noch ein ja tüv also der schaden war wahrscheinlich vorher nicht und was machen wir jetzt wohl damit wir bringen wieder auf vordermann auf jeden fall und ich habe schon echt viele wilde ideen als erste wilde idee die tür geht ja sagen diese ein bisschen verbeult mit lackiert diese mit hammer ritt gerollt gehe ich raus hier kommt auch wieder das grün durch das kriege ich nicht mehr in die schrott genauso wie die beifahrertür der patrick hatte schon mal ein schloss eingebaut das war auch gar nicht drin aber einfach ein aufkleber drüber und hier unten siehst du hier ist alles verbeult und verranzt das macht euch mal den spaß gibt mal zitröm ax ein und kriegt mal ersatzteile jetzt nicht bei neu teile bremsen reifen oder sowas oder oder irgendwelche anderen sondern dann guck mal für blechtein hier bekommt ich habe mir gedacht auch kein problem holst du bei ihm zwei scheinwerfer holst du bei ihm eine motorhaube eine rechte tür eine linke tür vielleicht eine eckklappe und ein bisschen was von innenausstattung keine chance was zu finden deshalb fährt der patrick heute noch was lustiges abholen dann nehmen wir euch natürlich zu mit und ich würde sagen das ist eigentlich ein guter übergang so wir sind jetzt beim jose angekommen habe ich richtig gesagt genau okay da sieht man das gute stück möchte was dazu erzählen ja wie gesagt den habe ich von meinem nachbarn gekriegt wir hatten erst eigentlich und ja eigentlich haben wir geplant da moped motor hinten rein zu setzen aber ich habe so viele projekte und irgendwann muss man sich ja auch ein paar projekte hast ja ich habe ja wie gesagt einfach zu viel okay schlüssel oder sowas gibt alles da komplett also schauen wir sich noch mal kurz an optisch vom dreck her ist jetzt nicht sehr schön aber die türen sind stellfrei haube ist stellfrei da haben wir da ein riesen macker drin entweder da oder da dann können wir noch schauen ich weiß nicht ob das ist eigentlich alles noch komplett drinnen was raus ist das antriebswelle auf der seite weil das antriebswellengelenk kaputt war okay sonst ist der wagen komplett okay gut dann haben wir sogar noch festsitzende scheinwerfer motor ist auch noch dabei und batterie cool vielleicht kann man die noch mal brauchen und die andere türen auch der in frei nur dreckig war auch innen nicht mehr so schön aber den radio das ist vielleicht original den können wir vielleicht unternehmen und hier hinten ist auch noch dass dieses originale dings drinnen von dem hier diese für abschlepp sachen super ein paar sachen da können wir wieder komplettieren ich glaube der deal steht ja passt auch gut ja und dann drehen wir um den koffer und dann laden wir den gleich mal auf patrick ist wieder angekommen hier in dortmund hat alles geklappt ja perfekt hast du von unserem kleinen malheur mit unserem tank erzählt der patrick ist ja eigentlich schon viel früher losgefahren beziehungsweise das ganze verzögert unsere pumpe von unserem schlüpfer geht öfter mal keine ahnung warum haben wir echt malheur mit und da hat sich ein dreckkorn drunter gesaugt weil wir nicht dieses sieb da drunter haben das ist ja patrick erst mal kurz vor dem pace stehen geblieben muss man mal schieben den schlüpfer ihr habt schon gesehen patrick hat euch alles gezeigt da ist geil scheinwerfer sind einfach fest und was am meisten spaß machen wird weißt du was was mir jetzt schon am spaß macht das sauber machen von dem auto also der sieht super dreckig aus aber ich sage euch von der substanz her ist er gut aber gibt keine papiere dafür hier ist mittel kleines großes rostloch stoßhänger in wagenfarbe ja die sehen ich und das wichtigste sind die türen da sind die schlösser heile da können wir vielleicht wir haben da bei dem kleinen drei schlüssel alleine und hier ist die vordere schlösser die können wir nicht gebrauchen aber hier scheinwerfer sind heile motorhaube ist lack eh schlecht aber weiß bleibt unser ja eh nicht hast du schon verraten welche farbe es wird welche farbe natürlich folieren haben wir ja gesagt wir waren eigentlich bei dem quietschigen gelb und wir haben so viele lustige ideen er wird cranberry heißt die farbe glaube ich ein schönes brombeer farbton ach ich freue mich das passt einfach so perfekt die tür sieht echt gut aus ich würde nicht lang schnanken ich mache die kiste jetzt einmal sauber also nicht mehr jetzt wir haben mittlerweile halb zehn morgen mache ich das auto sauber und ihr seht den im sauberen zustand und dann wollen wir mal gucken was wir für unseren ax electric hier brauchen für unseren dofi aber ihr seht hier dofi das kriegen wir auch alles nicht mehr gerichtet was steht da team team wir haben jetzt auch eine sonderedition wir bauen uns ein gte aber sie selbst was jetzt so alles passiert der morgen nach der schrecklichen nacht spaß beiseite ich habe euch versprochen ich mache ihn sauber welcher ist denn jetzt welcher die sehen beide wieder gut aus ne ja vorweg diesen schönen oldtimer können wir nicht zurück auf die straße bringen wir können ihn nicht retten weil wir brauchen ihn um ihn zu retten und dieser hier hat keine papiere mehr daher spart euch die kommentare das schöne auto hätte zurück auf die straße gemusst vorweg ein verbrenner schlachten um das e auto zu retten marco ich habe nicht nachgedacht ja okay wir pass auf wir machen das kaputt und retten die wir trennen das seiteil aus jeder er hat rostlöcher ihr habt gesehen aber der patrick hat den heute schon von ihnen ausgeräumt circa eine stunde von schmutz und direkt befreit und alles möglich ich glaube das wurde als ablagefläche für aber jetzt guck dir mal die sitze an das sagst du zu der sitzmusterung die finde ich cool welche würde dir besser gefallen die sind irgendwie alle so ein bisschen verspielt aber ich glaube ich finde die linke cooler also die hier wir sind bisher zu unserer hier wir zeigen euch jetzt mal die farbkarte die gibt es schön wie wohl seht ihr gerade wie die schön glitzert in der sonne diese farbe bekommt das auto und ich finde da sehen die grauen sitze nicht so schön aus zumal es wenn guck mal hier der sitz ist beschädigt oh ja es riecht so ein bisschen nach bahnhofstoilette finde ich in jahren das haben wir ja schon darüber gesprochen diese sitze sind noch nicht gereinigt weil dann mich sitzbezüge drüber waren guck dir das mal an der sitz vorweg jetzt gehen wir zur anderen seite der herz ja eine kleine schwelzschwäche da hilft auch keine keine blaue pille mehr der hat hinter sich da ist das gestänge drin gebrochen aber guck mal hier der die polster sehen noch richtig fit aus jetzt habe ich mich so gefreut geil sitze baum warum kommt man mit in der zwischenzeit haben wir die sitzbank freigemacht und guck mal was war das wohl ein kleines löschen vielleicht eine zigarette brand oder andere nagetiere nicht die renten tiere weil guck mal das hat sich ein schönes nestchen gebaut so jetzt kommen wir ich glaube wir als firma hier wer ist denn gut den stoff umberüsten wer hat schon mal sitze zerlegt du auch julian ich und jan könnte das glaube ich nicht nämlich sehr die grobmechaniker die öl und so da lieber was machen hast du schon mal sitze umgebaut so komplett abgezogen und alles unser ziel wird sein das müssen wir gucken wir hier mit nadel und faden gut arbeiten kann da werden wir auch ein finden das löschen flicken wir dann nehmen wir das unter gestellt von unserer rückbank lange rede kurzer sinn das werden wir euch natürlich auch so ein bisschen in kurz zeigen weil ich möchte aus dieser video reihe könnte man daraus machen keine reihe machen sondern nur dieses video wir zeigen alles in diesem video daher kann es sein dass dieses video etwas länger wird so was ich jetzt was mir auch aufgefallen ist unser hat colorverglasung sieht man fällt sofort auf gerade bei weißen fahrzeugen der hat leider keine colorverglasung das bedeutet wir müssen auch wenn wir unsere türen umbauen die ihn bei dem auto guckt euch das an göttlicher zustand keine beule kein gar nichts zum folieren perfekt hätten wir jetzt ein blaues auto gekauft hätte das ist auch kein problem machst du folie drüber aber guck mal von innen wir hätten ja ganz viel andere farben gehabt und das wäre natürlich wenn wir die türen jetzt von rechts nach links bauen seht ihr zwei weiße türen wo man sieht schon sieht viel moderner und ein bisschen peppiger aus das stimmt so motorhaube hier vorne so eine ganz leichte eine ganz leichte welle das sieht man aber kaum kriegst du das drauf aber das ist nicht der rede wert für unsere zwecke ist das mehr als perfekt wo geht die haube auf gibt es da abitur für guckt euch das mal an motorhaube vom zustand wirklich ausreichend gut hier gucken wir auf den guten alten psa verbrenner für die karosserie nicht schlecht sprechen aber da ist auf jeden fall viel rost auch von der kurs das ist eine moderne kunst zu schweißen dass die sogenannte blechklebetechnik vielleicht dieser deswegen auch dann in die ecke gestellt worden das geile ist das auto hat erst 121.000 bevor als müllhalde benutzt wurde war es scheinbar noch ein gut gut gepflegtes auto weiß das uns doch alle interessiert springt zum auto nach der langen standzeit einfach an was denkst du ich sag nein ich sag dir psa motoren gerade dieser motor einer der besten motoren spricht sofort gibt noch was wichtiges wenn kommen ja hier haben wir einen schlüssel für zündschloss für türen ja da keine zentral verregelung heckklappe doch für den tank auch aber worauf ich hinaus will hier haben wir ein schlüssel für alle acht beifahrertür noch probieren hier haben wir ein schlüssel zweiter schlüssel satz dritter schlüssel satz der ist für die fahrertür der ist für das schloss der ist für das beifahrerschloss für die heckklappe gibt es kein vier verschiedene schlosssitze jetzt stell dir vor du willst sowas einzeln bei ebay kleiner zeigen zusammen kaufen oder bei ebay das geht nicht deshalb ganzes auto hat sich hier bis jetzt auf jeden fall richtig gelohnt stoßstangen werdet ihr sagen mensch das wäre doch schön wenn ihr die weißen stoßfänger nimmt hast du ja auch direkt gesagt wenn wir die dann mit verlieren meine idee ist ja immer noch dass wir so ein bisschen aber das werdet ihr alles in die video sehen bin mal gespannt wie weit ich mit meinem gieren bin die karosserie ist jetzt egal welche zeige dieses cranberry macht und hier unten ein klein streifen folie klebt bis ungefähr hier in die sicke und dann das ganze schwarz uns an den ax gti so ein bisschen anlehnen in verbindung mit der farbe und schwarzen kontrasten wird das wahrscheinlich ganz gut aussehen und was mir gut gefällt ich weiß was du dazu sagt gucken auf die seite gucken auf die seite was denn noch auffällt bei dem auto ist was anders ist der hat so eine ja gut diese leichte folierung sage ich meine weiter weg guck mal guck mal so in dem bereich der hat dem hier ist bei dem hier ist alles hier weiß und wer hat das in dunkel diese scheibenrahmen ja das sieht sportlicher aus finde ich ralf was hast du macht das macht doch ein bisschen sportlicher haben wir sogar ein extra mehr ausstellfenster hinten unser elektrische fensterheber dieser hier hat manuelle fensterheber das ist einzig schade wenn wir die türverkleidung ab machen müssen wir gleich und leider so einen schwarzen stopfen drauf machen aber ich glaube wenn wir die sitzausstattung umgebaut bekommen würde ich die umbauen weil es einfach das auto viel frischer viel moderner macht und beim e-auto brauchen wir uns ja keine gedanken machen wir können ja umbauen was wir wollen wir könnten eine flipflopfolie drauf machen weil wir brauchen kein haargutachten einhalten auch wichtiges thema so ich würde sagen jetzt haben wir lange genug geschnackt jetzt machen wir das wichtigste wir versuchen den alten zitrönen hier mal zu starten patrick steht schon überbrückung da patrick was hast du springt sowas an er springt dann du hast gesagt da fehlt eine antriebswelle ja also fahren können wir eh nicht fahren geht nicht aber motos so Hört sich ein bisschen an wie Dragster. Ich glaube, der Wagen hatte einen geregelten Cut und der Cut hat natürlich einen hohen Schrottwert und der wurde hier schon entfernt. Deswegen klingt das Auto wie ein kleiner Porsche. Was wir auf jeden Fall machen. Daniel, ich habe gerade schon ein paar Sachen zum Thema Folierung hier erzählt. Guck mal, der um die Fensterrahmen, der ist schwarz. Da sieht sportlicher nochmal aus. Ich glaube, das würde ich weitermachen, weil die Türen bauen wir eben. Was sagst du um Zustand der Türen? Das hat es doch gelohnt. Motorhaube auch in einem guten Zustand und der Rest geht natürlich dann in die Tonne, wenn wir uns daran an allen Blechteilen bedient haben. Aber woran wir uns jetzt bedienen, was passiert, werden wir zwischendurch mit Leger ja mal ein bisschen begleiten. Junge, Junge, das ist ein geiles Projekt. Aber wirklich alle an der Halle 77 sind hier dabei. Daniel guckt sich das ganze Spiel auch schon an. Der Jan baut jetzt gleich den Teppich um. Jetzt fragt er euch, warum baut ihr den Teppich um? Guckt mal hier, Tuning. Hier ist ein grauer Teppich drin. Ich glaube, das sieht man nicht richtig, doch so. Und hier ist schwarzer Teppich. Machen wir ein bisschen GTI. GTI passt ja. Sitzausstattung probieren wir. Das hat sich gesagt, das probiert der auch, der Daniel. Und Daniel, was wir gerade machen, wir wollten ja eigentlich die Heckscheiben, also die Heckklappen umbauen. Wir dachten, wenn man jetzt die drei Schrauben hier rausmacht, dann könnte man das so voneinander trennen. Aber das ist hierzwischen noch mit Scheibenkleber fest. Also das kriegen wir nicht ab und die Scheibe hat kein Color. Daher können wir diese Heckklappe nicht benutzen, weil die ist schön glatt von der Oberfläche. Hier war Orangenhaut. Immer noch. Hier kriegt man es vielleicht noch drauf, wenn man ein bisschen im Licht guckt. Darauf müssen wir dann folieren. Aber es ist eh GFK. Serie. Ich bin wenn und ich wollte schon sagen, da ist gar kein Rost drauf. Bei GFK schwierig. Wenn man sich hier anguckt, ich glaube, der war zweifarbig, ne? Ja. Die Klappe war... Das könnte wahrscheinlich hier auch gewesen sein, aber die ist ja auch. Ich denke, das würde einfach Rost drin gewesen sein. Oh, was geil ist. Guck mal hier, die Leute haben die Dichtung mit lackiert. Können wir ja alles von dem umbauen. Oh, guck mal, hier sieht man es auch schön. Rot. Rot. Hier war er grün, wieder rot. Ich würde sagen, da gehen wir auch einmal mit einer Spray-Dose weiß einmal rein. Machen das wenigstens einheitlich wieder weiß, ne? Wenn wir die Tür raus haben. Das würde ich gucken, haben wir hier eine weiße Dose da? Wenn nicht, müssen wir eine organisieren. Bist du denn eigentlich auch schon gefahren? Nee, noch nicht. Denkst du, du hast da Spaß dran? Auf jeden Fall, ja. Ich bin Beifahrer gewesen. Das hat schon Spaß gemacht. Wollte ich gerade sagen. Der Einzige, der, glaube ich, keinen Spaß daran hat. Obwohl, weiß man nicht. Halt, meinst du, kannst dich damit überzeugen, damit zum Beispiel zum Bäcker zu fahren oder irgendwelche Einkäufe zu machen? Lieber Verbrenner? Immer. Der Ralf ist noch auf eurer Seite. Muss ich mal den Jan? Habe ich noch nicht gefragt. Jan, wenn du den nächsten Firmenwagenwahl hast, entweder so ein Polo oder hier so ein Elektrik-Ding, worauf würdest du zurückgreifen? Wenn wir eben nach der Raulik-Müller fahren zum Beispiel. Dann nehme ich dir das Elektrik-Ding, einfach, weil es wahrscheinlich lustig ist. Sehr schön. Ich ziehe immer mehr Leute in meinen Bann, merkt ihr? Den Ralf kriege ich ja auch noch. Dauert noch ein paar Jahre. Den Patrick brauche ich nicht fragen. Ich glaube, der würde auch das Elektroauto vor dem Passat Diesel oder sowas bevorzugen. Weil für mal eben anmachen ist das für den Elektrowagen auch besser, als wenn wir, egal welchen Verbrennungsmotor wir nehmen, für Kurzstrecke. Das ist für keinen Motor gut. Absolut richtig. Der Ralf hat gesagt, das fühlt sich falsch an, was du da machst. Ja. Was machst du mit 120er Papier da dran? Genau, den Lack glatt. Wenn wir jetzt schon so eine Umbauaktion machen, Teppiche raus, da raus, den Teppich habe ich schon gereinigt. Wenn man schon so eine Aktion macht, hat Ralf gesagt, komm, da muss die Folie auch einen geilen Untergrund haben, dass es unter der Folie wenigstens glatt ist, dass dieses Auto nachher in dem Brombeerton gut aussieht. Jetzt ist der Daniel gerade unterwegs, holt uns eine weiße Spraydose, dass wir in den Kanten das hier auch wegmachen. Also ich sage euch, dieses Auto hatte echt seine besten Tage hinter sich. Hier, kriegt man das drauf, die Aronchenhaut? Oh, das sollte man draufkriegen. Hier sieht man, ist schon geschliffen. Da muss der Ralf wahrscheinlich nochmal mit 5000er Papier, mit 80er Korn dran. Auch hier ziemlich viel Schmuck überall dazwischen. Aber das Auto wurde halt auch einfach immer nur übergeduscht. Also ich weiß gar nicht, warum man dieses Auto nicht ordentlich gemacht hat. Also ich sage mal, so eine Dichtung abzubauen, guck mal hier, schon ist sie ab. Dann hätte man das nicht mitlackiert. Hier ist alles übergeduscht, die Rückleuchte haben sie wenigstens rausgenommen zum Lackieren. Das war ja wenigstens etwas, aber war ja auch nicht viel Arbeit. Die einmal gewackelt dran und schon ist die raus. Oh, hier ist nicht so viel mitlackiert, guck mal. Einmal die Rückleuchte raus und dann war es das. Wie viel mehr da mitlackiert? Ist bei dir auch so viel mitlackiert? Oh, ich habe eine Weiße nicht drauf. Zum Glück, also jetzt im D-Falle lohnt sich wirklich der ganze Schlacht da, ne? Ja, die sind doch top. Aber auch, ich sehe gerade, der Beifahrer sieht auch nicht mehr so gut aus, ey. Äh, was gerade beim Haus neben aufgefallen ist, hat zwei Baller nicht gegeben. Aber kann man das hier beim anderen machen? Okay. Was ist das denn? Bitte schön, eine Sitzfläche zu mitnehmen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist schwer, gerade beim Haus machen. Das war wieder der kleine Zwischenstand. Wir holen euch gleich dabei. Wir werden noch Stoßstangen alles abbauen und wir werden den Wagen so dann, wenn wir alles vorbereitet haben, die Front umgebaut ist, Stoßstangen ab sind, geht das Auto rüber zum Daniel. Und dann können wir umso besser da noch mal genauer folieren. Aber da nehmen wir euch diesmal auf jeden Fall mit, wie Daniel eine Folie aufzieht, wie er das rakelt und wie er das macht. Und wir würden ja alle gerne mal versuchen. Das seht ihr bestimmt heute auch noch. Der Julian hat sich gerade gewidmet dem Frontschaden. Das war auch wieder irgendwas grammatisch daneben, aber das passt schon. Die neue Motorhaube ist drauf. Passt gut, ne Julian? Ja. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Die Scheinwerfer, hier sieht man es doch, das war alles verknüddelt. Und hier ist, ne, hier ist er dran. Auf der anderen Seite war er abgebrochen, ne? Ja, ne, das ist abgebrochen hier. Hier ist er abbrochen. Da ist er dran. Und da ist der Nupsi noch dran. Um die Scheinwerferhöhenregulierung, die läuft hier über Bautenzüge. Das nicht mal eben ausgebaut, ne? Nein, leider nicht. Oh Mann. Da ist das Teil. Da gehen die Züge da oben hinweg. Und hier sind sie nämlich noch vollständig. Ich sage euch, ohne den Schlachter wären wir hier gar nicht weitergekommen. Da brauche ich mir auch nichts vormachen. Der Patrick bereitet uns jetzt vor, dass der graue Teppich rauskommt, ne? So, weiter geht's mit der Sitzbank. Unseren pingligsten Menschen habe ich an die ekligste Arbeit gelassen. Schimmelentferner steht hier schon. Und guck mal, die Maus hat sich da eine ordentliche, so sieht man es besser, eine ordentliche Drei-Zimmer-Wohnung gebaut, ne? Scheiße. Im wahrsten Sinne. Ne, ich glaube, da ist sie gestorben vielleicht. Da ist unsere andere Rückbank, die sieht von unten komischerweise auch nicht besser aus. Aber es sind halt 30 Jahre alte Brünge. So, jetzt haben wir hier unser Mini-Loch in dem Sitz. Drehst du das mal um? Die andere Seite. Was willst du da machen? Das ist halt so bunt gefleckt, da kannst du nicht mal eben was basteln. Der Daniel wird jetzt was mit einem Bügeleisen und so einer Folie, wo wir früher T-Shirts mitgedruckt haben, was wir ganz, ganz früh auch mal gemacht haben. Obwohl, es gibt doch T-Shirts, wo wir... Flexfolie. Flexfolie. Wir haben das nicht. Irgendein T-Shirt gibt es bei uns, glaube ich, noch, wo wir diese Folie sogar nutzen. Wo wir dann dieses Lock mit schließen, dass es nicht weiter aufreißt. Damit werden wir das nicht benutzen. Das Ergebnis zeige ich euch, wenn Daniel, würde ich sagen, fertig ist. Weil wir uns entschieden haben, diese Ausstattung dann einzubauen. Ich habe ja noch gar nicht geguckt, wie wir den vorderen Sitz hinkriegen. Aber der Julian sagt, das ist kein Problem, kriegt er hin. So, letzte Arbeiten für heute. Der Julian repariert unseren Lüfter. Er hat hier wohl mal einen Frontschargen gehabt. Da sieht man, da hat sich die Lüfterzarge einmal, oder das Ding hier, an den Kühler angelehnt. Hier fehlt ein Halter. Ansonsten ist das Ding wieder okay. Das war nicht so schön, die Dinger hier umzubauen, ne? Nein, eigentlich gar nicht. Aber es ist ein TÜV-relevantes Teil. Scheiben für Höhenregulierung ist beim TÜV nämlich sehr wichtig. Also, hier liegen die alten Seilzüge. Den Kollegen aufgebockt. Ich bin wieder der Reinigungsmann. Guck dir mal von innen an. Überall hat er so Kantenrost. Und der war von innen auch ziemlich nass. Der Kollege Julian sagt, sie ist ziemlich rostig von unten, ne? Da unten schaut ja nicht mal halb so gut aus wie der hier. Oh, der ist von oben gut gewesen. Das heißt, hier fehlen nämlich überall die Stopfen. Guck mal, hier seht ihr den Stopfen. Hier gehört der rein. Da sind Stopfen, da sind Stopfen. Die fehlen hier schon überall. Hier ist keiner. Hier war einer, der liegt da. Da hinten, der war auch nicht da. So, aber wie wisst, das Beste zum Schluss. Hier ist übrigens noch der frische Teppich, den wir brauchen. Daniel, bist du zufrieden? Geht, Smart Repair halt, ne? Aber ey, auch wieder hier, Achtung, die ganze Reparatur, was Pfennige gekostet. Gar nichts. Gar nichts. Das ist Restfolie gewesen. Das ist Restfolie, die man wegschneidet. Hier haben wir mal so zwei Flicken. Da waren ein bisschen durchgescheuert. Da war durchgescheuert. Dreh mal um. Ein bisschen Stabilität. Guck dir das Ergebnis an. Und von der Seite. Jetzt sieht man wenigstens, wo es noch war. Guck mal, den blauen Punkt, den haben wir gemacht. Den. Jetzt gehen wir ein bisschen höher. Guck mal. Was sagt ihr? Reparatur, typisch Marco, Low Budget. Bombe. Heutige Tag vorbei. Morgen geht es weiter. Wieder zu kompletieren. Grauen Teppich gegen schwarzen Teppich austauschen. Und dann geht es rüber zu Daniel an die Folierung. Mittlerweile, Daniel, du brauchst hier nicht auf. Ja, der Daniel ist sehr, sehr pingelig. Und weil er so pingelig ist, habe ich ihm das Auto auch vorher noch mal gereinigt. Das heißt hier, die ganzen Ecken und Kanten, die haben wir sauber gemacht. Und der Daniel war schon wieder schneller, wie die Polizei erlaubt, hat schon die Folie drauf gemacht. Und jetzt von euch, was meint ihr, war das die richtige Entscheidung? Also ich sage euch, wenn das Auto komplett in der Farbe ist, ich finde es geil, das wird sehr modern so ein bisschen was haben. Aber auch gleichzeitig kann es ja auch alt sein, die Farbe. Also das ist ja eher was, gab es ja früher schon so einen Farbtot. In Kontrast zu den schwarzen Stoßstangen, das wird gut. Ich glaube, es gibt tausende von Videos, wo man das so glatt sieht und mit einem Handschuh und so was. Wir haben hier an der Motorhaube, das hat man vorher schon gesehen, alles ein bisschen geschliffen. Trotz alledem haben wir nicht gut gearbeitet, weil hier oben, das ist wahrscheinlich doch, da sieht man, da seht ihr so ein bisschen ein paar Bläschen. Beim 30 Jahre alten Auto, 29 Jahre alten Auto, kann man das verzeihen. Die haben ja lange überlegt, ob wir blau nehmen oder das, ne? Zehnmal besser, meine Meinung. Hätte mehr zu dem vielleicht zum Thema Elektro gepasst. Ja. Aber das ist so, ich finde, das macht das ganze Auto einfach edel. Und da der ja auch angemeldet ist, wollen wir den ja auch nutzen. Und ich glaube, dieses Auto wird ein schönes Erscheinungsbild haben. Ich komme immer noch nicht hier, sieht man die Folie auf der Rolle noch. Das sieht geil. So, aber was wir ab jetzt machen ist, wir gucken mal, wer welches Teil foliert, wer darauf Lust hat und wie der Daniel da vorgeht. Wie gesagt, nochmal, ich sage es vorweg, das nimmst du mir bestimmt nicht übel. Nicht nachmachen, wir machen es vielleicht sogar falsch. Der Daniel hat sich das Ganze selber beigebracht. Und wir versuchen alle vom Daniel das zu lernen, was er bis jetzt hier alles gemacht hat. Und ich sage euch, da draußen stehen genug Autos, die der Daniel foliert hat, die alle schweinegeil aussehen. 100 Prozent sogar. Von daher gucken, wenn ihr die Haube fertig habt, beim nächsten Teil seid ihr auf jeden Fall dabei. So, ich bin auch dabei. Ich habe heute das große Vergnügen, mit Daniel zusammen hier am Samstag an der Folierung zu arbeiten. Der Daniel, würde ich sagen, erzählt uns einfach mal, was er hier gerade so tut. Ja. Was tust du denn? Dann fangen wir an und dann auf. Erstmal ein bisschen grob vorreinigen, hier mit Glasgreifiger. Die Gummis hier unten habe ich schon gewaschen. Vielleicht kann ich das gleich hier mal an der Seite zeigen, was da alles für ein Schmodder hochgekommen ist. Das kann ich mir vorstellen. Das sehe ich immer, wenn ich Frontscheiben ersetze, was da alles für ein Dreck drunter ist. Das mag man gar nicht glauben. So, und das ist ja, naja. Aber da müsst ihr die Folie drauf halten. Denk immer daran, nicht sparsam sein. Daniel, wie kommt man eigentlich dazu, Autos zu verlieren? Es gibt das nicht als Lehrberuf, stimmt's? Nein. Da hast du schon eher so eine Grundausbildung, ich sag jetzt mal, wie Mediengestalter oder irgendwie so irgendwas mit Druckbrint irgendwas, Medienzeug, dralala. Werbetechniker heißt das. Ja, okay. Das ist ein schöner Lichtreklam her. Aha, okay. Und die hast du gemacht, die Ausbildung? Ja, genau. Okay, alles klar. Und dann kam eins zum anderen. Dann war ich fertig mit der Ausbildung, bin in einen anderen Betrieb gekommen. Da haben wir halt so ein bisschen mit Teilfolierungen gemacht, aber jetzt nicht komplette Karren. Das war ja ganz selten. Habe ich halt eine Möglichkeit gehabt, da so ein bisschen mir das halt so beizubringen. Da habe ich natürlich ein paar Tipps von links und rechts bekommen. Das war auch nicht ganz verkehrt, aber im Grunde genommen habe ich mich da eigentlich selber reingefuchst. Und deine Komplettfolierung, deine erste war, glaube ich, sogar dein eigenes Auto, kann das sein? Genau, also alleine. Aber würdest du sagen, seitdem hast du dich verbessert oder also was dazugelernt auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. Da ist außerdem mehr Routine reingekommen. Bei modernen Autos hast du da jetzt nicht so eckige Stoßstangen. Da musst du dich auch, wie gesagt, reinfuchsen. Da musst du dich auch erstmal draufkommen, wie man es am besten macht. Es ist auch vorkommen, dass ich die Stoßstange mit zweimal machen musste. Das ist dann halt so. Aber würdest du sagen, runde Flächen sind einfacher als eckige? Ja, auf jeden Fall. Okay, krass. Weil bei so einer Ecke oder bei so Stoßstangen, die jetzt in die Richtung, die Richtung und die Richtung gehen, da musst du halt die Folie auch dementsprechend alle Richtungen ziehen. Und die runde Fläche, die kannst du halt besser... Das ist witzig, weil ich persönlich, muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es genau umgekehrt erwartet. Denn du hast hier gerade Flächen eben. Und jetzt aus eigener Erfahrung, klar, ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Folie. Aber wenn du jetzt selbst, ich sage jetzt mal einen Sticker, irgendwo auf eine runde Fläche drauf machst, hast du immer diese Falken und Blasen drin. Aber das liegt ja natürlich auch an der Folie. Das ist mir schon bewusst. Aber eben genau aus dem Grund hätte ich jetzt gesagt, es wäre umgekehrt eben auf runden Flächen schwieriger. Nee. Das ist ja extra Car-Wrapping-Folie, ne? Da hast du Luftkanäle, die kannst du besser stretchen, um was da irgendwas passiert. Und die Falten kriegst du da auch viel leichter raus, ne? Oder mit einem Föhn, dann gehst du auch über die Fläche und dann siehst du die Falte auch gar nicht mehr. Ja, und bei so einer Aufkleberfolie, sage ich mal, die ist ja eigentlich nur für 2D, für glatte Flächen. Das gibt mir dann bei so Rundungen natürlich scheiße. Ah, okay. Dadurch, ich glaube, weil die Folien halt so einfach auch machen, kann man es sich viel leichter selber beibringen, ne? Weil diese Folienleuchtetagen viel mehr verzeihen als so alte von ein paar Jahren. Weil damals gab es keine Luftkanäle, gar nichts. Wenn ich hier zum Beispiel auf der Fläche hier, hier eine Glase habe, kann ich da leicht drauf drücken. Und durch die Luftkanäle zieht sich das links und rechts, oben und unten halt quasi von alleine aus. Wenn da jetzt nicht zu viel Material, also wenn die Blase nicht zu groß ist. Ja. So ist das. Und damals konntest du das halt schwieriger machen. Entweder aufstechen oder nochmal hoch. So ist das. Weiter geht es an unserem Folierungsprojekt. Man sieht ja immer diese ganzen Videos, also kenne ich das. Da wird jetzt mit dem Föhn dran gegangen und dann wird mit so einem Samthandschuh das einfach nur so dran gedrückt. Den habe ich auch irgendwo. Wie gehst du jetzt hier weiter vor? Das ist übrigens alles ein Stück Folie. Das geht unten bis zum Einstieg und hier oben natürlich auch weiter zur A-Säule. Da hat man halt in dem Fall hier wirklich viel Verschnitt in dem Moment. Aber man kann den Verschnitt für so ein Bauteil dann benutzen, korrekt? Ja. Solche Kanten, da muss man nicht unbedingt mit dem Föhn dran. Aber das muss man dann halt, wenn es fertig ist, nochmal nachfüllen. Es gibt auch verschiedene Folienhersteller, wo diese Klebewirkung immer ganz anders funktioniert. Genau. Also bestimmte Temperaturen brauchen die, damit die Folie quasi in Form bleibt und sich nicht wieder zurückzieht hin. Ich finde immer, was man ja oft immer gehört hat als negativ zum Thema Folie. Ja, die Einstiege sind ja dann nicht foliert. Oder auch hier die Kanten. Wenn man wollte, könnte man diese Kanten ja auch alle folieren. Aber in dem Falle, sage ich euch, ist das Auto den Aufwand ja jetzt gar nicht wert. Weil so weit wie wir den zerlegt haben, hätten wir den auch lackieren lassen können. Und Folie in dem Falle, wir können ja auch mal über Preise sprechen. Ihr habt ja kein Problem damit, weil wir ja auch nichts für Kunden jetzt so machen. Also wenn ihr die Folie ganz normal bestellt, das war jetzt eine Orakal-Folie. Ich glaube, wir haben 11 Meter bestellt. Und die 11 Meter haben jetzt, ich glaube, um die 350, 380 Euro gekostet. Also wenn ihr da bei namenhaften Herstellern was bestellt oder bei Leuten, die Folien vertreiben. Für so ein Auto kann man rechnen, also unter 500 Euro kommt man eigentlich immer hin. Auf jeden Fall. Wenn du dann schon Hightech-Folie hast. Es kommt aber an welche Farben. Es variiert manchmal. Es sind so Metallic oder solche Sachen sind dann ein bisschen teurer als wie so Unifarben. Aber ich denke, da tut sich auch nicht so viel. Bei einer Folie muss natürlich genauso auch vorgearbeitet werden. Wenn man zum Beispiel hier jetzt drüber klebt, über diese Rostnarbe, die Folie zeichnet das natürlich genauso nach. Also hier zum Beispiel sieht man, da weiß ich, haben wir die Motorhaube nicht geschliffen. Das hatte ich ja schon gezeigt. Da kriegst du sie ganz schwer drauf. Habt dann so kleine Pöckchen. Oder gar einen Kratzer. Wenn ihr den tiefen Kratzer im Lack habt, könnt ihr die mit Folie nicht ausgleichen. Was mir wiederum aber aufgefallen ist, das hatte ich mal an einem Stück Folie probiert. Wenn ihr kennt, dass jeder hat wahrscheinlich schon mal einen Neidkratzer bekommen, aus dem Schlüssel an einem Grundflügel lang geht. Das ratzt sehr schnell. Und ich habe das Gefühl, wenn du hier mit dem Schlüssel an der Folie lang gehst, dann musst du schon feste drücken, um in die Folie reinzukommen und die Folie zu beschädigen. Also dann ist es wirklich mit starker Gewalteinfluss gewesen. Das kleine Kratzer auf der Oberfläche, wie zum Beispiel vom Waschen oder vom Rakeln oder sonst irgendwas, die kriegst du bei manchen Fohlen, ich weiß nicht, ob bei allen, aber die kriegst du mit einem Heißflugföhn komplett wieder raus. Also da musst du nicht polieren. Da gehst du einmal mit dem Föhn drüber und es schließt sich dann irgendwie wieder das Material. Ja, ich habe keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber das geht. Was mich ja interessiert ist hier, das musst du warm machen, ne? Ja, dann habe ich hier so ein Thermometer, das kommt dann da drauf. Und dann siehst du, wie wir gerade welche Bauteile haben. Genau, und jetzt leuchtet es blau, wenn ich da in dem Rahmen bin, wie so von 110, 120, dann leuchtet er grün. Und dann sieht man, da wo du hinstellst, ah, jetzt sieht man wie ganz schön. Genau, und da ist nämlich auch dann der rote Laser. Sehr gut. Ja, ich habe mich doch mal ein Stück gewidmet, und zwar dem Elektroanschluss. So, ich zeige euch jetzt mal, also von vorne gesehen sieht das ja schon mal ganz gut aus. So, meine Probleme entstehen jetzt hier an dieser Kante. Ich lege das jetzt mal so rum hin. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich, seht ihr, dass hier das knittert? Und das wüsste ich jetzt nicht, wie ich das hinbekomme. Ich stelle das Teil jetzt mal einfach hier hin. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Dann sehe ich, das ist das, was der Daniel meint. Auf der Folie, hier sieht man es jetzt. Da geht der alte Lack ab. So, und da an der Stelle klebt die dann ja jetzt nicht mehr. Siehst du hier diese Knitter, wie würde ich die jetzt wegkriegen? Ein Föhn. Das geht mit dem Föhn weg? Mhm. Boah. Ein bisschen warm machen, rüberziehen. Aber guck mal, hier an den Stellen ist doch, ich habe ohne warm machen jetzt die Folie hier rumgezogen. Ich habe so ein bisschen Vorspannung draufgegeben, dass das eine Kante ergibt. Das sieht ja so jetzt erstmal okay aus, ne? Na klar. Aber muss man das hier rumlegen noch? Ja, du gehst, also eigentlich versuchst du immer von der Ecke die Knicke auf die Fläche zu verteilen, weil die du dann so besser rauskriegst. Boah krass, dass die Knicke da oben rausgehen. Dann schneiden wir das Ganze hier nur ab. Da habe ich ja fast ein Bauteil auch gemacht, ne? Ich habe so eine große Fläche geklebt. So langsam geht es hier in die letzte Phase. Die Türen hängen, also zumindest auf der Seite hängt die Tür wieder drin. Hier haben wir uns ja damals entschieden. Die Tür, das war ja seriemäßig so bei dem Modell. Und hier haben wir gesagt, wir wollen das auch schwarz haben. Das ist, ich finde, es gibt eben so ein bisschen nobeleren Flair. Ja, hier muss der Daniel jetzt noch die Folie nachher kleben für den Türrahmen. Und auf der anderen Seite klebt Daniel gerade die Folie. Das ist jetzt nochmal auf der Warpingfolie nochmal eine Folie, die nun den schwarzen Rahmen hier zu kleben, richtig? Und du hast da drunter so ein, da sieht man kaum, hier ist so eine kleine Kante, da ist so ein, wie heißt das, Knifeless Tape? Ja, das ist so ein Schneidedraht, damit man da, damit man nicht auf der Folie schneiden muss oder auf dem Lack. Je nachdem, wäre jetzt auch nicht das Problem, aber damit kannst du schön gerade Kanten kleben. Gucken wir uns einfach mal an, wie das gleich aussieht. Du musst das jetzt erstmal dran machen. Genau, ein bisschen füllen, ein bisschen rakeln. Und dann wird der Draht zum ganz Schluss rausgezogen und das restliche Material kommt dann weg. Jetzt musst du hier wohl den Anfang finden von diesem Band. Ja, hier, hier, man macht das immer ein bisschen länger. Dann nimmst du das hier so. Ich wette, das reicht jetzt ab. Ne, doch nicht. Kein Fahrzeugerobjekt. So, jetzt geht's ab hier. Vorher muss man dann ein bisschen anföhnen, dass da keine Luft zwischen dem Faden und der Folie ist. Man denkt, dass das zum Beispiel da jetzt nicht funktioniert, weil das krass ist. Wenn man das jetzt so verfolgt, ist das krass. Und das ist jetzt, lässt die Folie sich denn generell leicht schneiden? Das heißt, leicht schneiden. Die ist halt ein bisschen dicker als so Folie, wie wenn du jetzt so Aufkleber machst. Die Aufkleberfolie ist dann für 2D. Die für 3D-Autofolie ist halt ein bisschen dicker. Und da musst du, wenn du jetzt zum Beispiel sowas mit dem Messer machst, schneidest du die Folie nicht durch, sondern du ritzt sie quasi nur an. Ja. Und dann nimmst du eine Ecke und das ist wie, ich weiß nicht, wie man das nennt, bei so Zeitschriften oder so, wo du dann immer so leicht, wo du so leicht abreißen kannst. Und dieses grüne Zeug, das klebt natürlich nicht. Da klebt auch keine Folie drauf. Das kriegt man jetzt anstandslos da drunter entfernt, ne? Nur von einer Seite. Also jede Klebeseite gibt's da einmal und einmal die andere. Da haftet jetzt das nicht so extrem, aber es haftet schon ein bisschen. Jetzt ziehst du quasi, den oberen Teil, den wir nicht brauchen, einfach weg, ne? Den Faden hier drunter her. Unter der anderen Folie. Und dann habt ihr, wie ihr gleich seht, ich lasse meine Ruhe abziehen jetzt. Aber man merkt schon, die Folie haftet auf Folie, auf Folie hochkommt sehr gut, ne? Klar. Aber hier sieht man das jetzt, das muss man, glaube ich, nachföhnen. Ja, so ein bisschen andrücken, weil da jetzt quasi Luft drunter ist, weil ich den, das teilt sich ja hier durch zwei. Hier sieht man es auch schön, wie das ein bisschen hochsteht. Und wenn ich da mit meinem Finger drübergehe, man macht das, glaube ich, mit einem Handschuh, so wie der Daniel, nicht mit meinen Wurstfingern, mit Fett dran. Aber der Finger ist gut schmierig, wir haben gerade Frikadellen gegessen, das sollte gut funktioniert haben. Was sagst du denn zur Haltbarkeit? Wie lange hält der denn wohl so eine Folie? Hast du da eine Langzeiterfahrung, hast du schon mal was mitbekommen? Laut Hersteller kommt das immer drauf an, die geben da meistens fünf Jahre drauf Gewährleistung. Also irgendwie so, aber Gewährleistung, was heißt Gewährleistung? Es kommt immer drauf an, wie steht der Wagen in der Sonne? Wie wird gereinigt? Wie oft wird gereinigt? Was für Reiniger werden wir noch ziehen? Genau. Das hat natürlich viele Einflüsse. Und normalerweise ist das ja, also bei älteren Fahrzeugen ist das lackiert. Ist ja bei der Tür, wo ist sie? Ich glaube, das ist auch lackiert hier, ne? Ja. Also hier, da sieht man, da ist dann auch der Lack schon ein bisschen ab. Das ist lackiert, da ist keine Folie drauf. Wir machen das jetzt mit Folie, auch natürlich bei den Türen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder mit dem Auto. Ja, was eine krasse Verwandlung. Jetzt bekommt er erstmal ein paar richtig geile Bilder von dem Auto oder ein paar Aufnahmen. Alles fertig. Also noch geiler geht es fast gar nicht. Dieses Auto ist fast 30 Jahre alt und ich finde, woran erkennt man, dass es ein Elektroauto ist? Aber ich muss ja direkt sagen, in diesem Video habt ihr ja gesehen, wie wir ein Auto aufhübschen und wie wir da aus zwei einen machen. Habt ihr Bock auf Elektro-Oldtimer-Youngtimer? Lasst es mich wissen, kriegt dann ein zweites Video, wie denn sowas fährt, was denn sowas auf den Prüfstand drückt und generell mal ein paar Voreindrücke. Also, bis zum nächsten Video. Ciao. Musik Musik